Hallo, einen wunderschönen Freitagabend wünschen. Hier sind wieder die Berichte aus aller Welt, die Honigmann-Nachrichten vom 5. August 2016 mit der Nummer 896. Kovallis. Mas Subramanian und sein Team von der Oregon State University waren eigentlich dabei, ein neuartiges Material zu entwickeln, welches die Produktion von Elektrogeräten erleichtern sollte. Dazu mischten sie schwarzes Manganoxid mit anderen Chemikalien und erhitzten dieses auf 1100 Grad Celsius. Dabei entstand überraschenderweise der neue Farbton ILN-MN. ILN-MN-Blau besteht aus einer unverwechselbaren Kristallstruktur, welches sowohl die roten als auch grünen Wellen des Lichtes absorbiert und nur die blauen spiegelt. Durch die Eigenschaft isoliert ILN-MN-Blau sein Trägermaterial, sodass es sich nicht durch Sonneneinstreulung aufheizen kann. Ein weiterer Farbvorteil ist, dass diese keinerlei giftige oder umweltschädliche Komponenten enthält. Clexit. Die Clexit-Kampagne Klima-Exit mit Ursprung in Australien ist inspiriert von der Brexit-Entscheidung der britischen Bevölkerung, sich aus der zunehmend diktatorisch werdenden EU-Bürokratie zurückzuziehen. Clexit breitet sich weltweit aus, bereits in 16 Ländern. Clexit zielt darauf ab, die Ratifizierung des kostspieligen und gefährlichen Pariser Klimaabkommens bezüglich globaler Erwärmung zu verhindern, welches von EU, VN und deren grünen Armeen vorangetrieben wird. Dieser Krieg gegen Kohlenwasserstoffenergie hat bereits zu massiven Verlusten der Industrie in westlichen Ländern geführt. Falls man es zulässt, dass dies im Zuge des Pariser Abkommens so weitergeht, wird eine wirtschaftliche Depression die Folge sein, unter der alle Nationen leiden werden. Kohlendioxid kontrolliert nicht das Klima. Es ist unabdingbare Voraussetzung für Pflanzen. Und mehr Kohlendioxid wird zu mehr Pflanzenwachstum führen und den Planet grüner machen. Australien Immobilienblase Seit 1986 sind die durchschnittlichen Haushaltseinkommen in Australien um etwa 45% gewachsen. Bei Mieten und Baukosten gab es sogar lediglich einen Anstieg von Kraut mal rund 25%. Indessen stiegen die Immobilienpreise im selben Zeitraum um etwa 180% an. Ein Missverhältnis, welches nicht mehr lange funktionieren wird. Diese Entwicklung ist ein untrügerisches Zeichen dafür, dass es zu einer massiven Korrektur nach unten kommen wird, zumal die Kluft zwischen Investitionsvolumen und Rendite ein Niveau erreicht hat, welches nicht mehr zusammenpasst. Zwar sorgt die aktuelle Niedrigzinsphase dafür, dass andere Anlageformen ebenso eine recht niedrige Verzinsung aufweisen und die Geldflut der Australischen Zentralbank, die Geldmengenausweitung bei M1 um rund 180%, bislang angehalten hat. Doch inzwischen scheint sich letztere wieder zu stabilisieren, sodass hier erste Risse sichtbar werden. Washington, VSA VS-Firmen haben im Juli mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Insgesamt entstanden 179.000 Stellen, wie der Arbeitsvermittler ADP am Mittwoch zu seiner Umfrage unter privaten Unternehmen mitteilte. Die Zahlen gelten als gutes Omen für den Arbeitsmarktbericht der VS-Regierung, der am Freitag veröffentlicht wird. Er umfasst neben Stellen in Firmen auch vom Staat geschaffene Jobs. Fachleute rechnen mit einem Plus von insgesamt 180.000 Arbeitsplätzen. Die FED, die Vollbeschäftigung fördern soll, hat diese Daten genau im Auge. Die Währungshüter in Washington entscheiden am 21. September wieder über den Leitzins, den sie im Dezember 2015 erstmals seit fast zehn Jahren erhöht hatten. Er liegt seither in einer Spanne zwischen 0,25 und 0,5%. Washington, Tel Aviv Die VSA und Israel sollen kurz vorm Abschluss eines neuen Militärhilfepakets stehen. Bei der am Montag aufgenommenen Verhandlungsrunde im Weißen Haus sei man über Nacht entscheidend weitergekommen, hieß es am Donnerstag früh aus Washington. Damit könnte doch noch gut werden, was so lange währte, dass es zum Symbol für die schwierigen Beziehungen zwischen der israelischen und der VS-Regierung beziehungsweise zwischen Premier Netanyahu und Präsident Obama wurde. Nun könnte das laut Washington Post größte je abgeschlossene VS-Militärhilfepaket aber doch noch zum Vermächtnis Obamas werden. VSA, Westpazifik, China, Nordkorea Erstmals seit zehn Jahren verlegen die VSA eine ganze Staffel überschaltschneller Langstreckenbomber B-1B Lancer in den Westpazifik. Damit senden sie ein unmissverständliches Signal an China und Nordkorea. Die Flugzeuge und etwa 300 Soldaten sollen am Sonntag auf dem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt Anderson auf Guam eintreffen, teilte das amerikanische Pazifikkommando US-PACOM am Mittwoch mit. Dort werden sie B-52-Bomber ablösen. In seiner Mitteilung hebt das PAKOM besonders hervor, dass die B-1B Lancer eine schlagkräftigere Bewaffnung und größere Reichweite als die B-52 haben. Jede B-1B Lancer kann 56 Tonnen Raketen und Bomben transportieren. Die Kriegsspieler Mexiko-Stadt Menschenrechtsaktivisten in Mexiko haben ein Jahr nach der Ermordung des Fotojournalisten Ruben Espinosa und vier Frauen von den Behörden die Aufklärung des Falles eingefordert. In einer Erklärung hielten sie fest, ein Jahr nach den Vorfällen verdienen wir es zu wissen, wer Ruben, Nadia, Miele, Alejandra und Yesenia umgebracht hat und warum. Brasilien Jährlich werden in Brasilien hunderte Quadratkilometer von Bränden zerstört. Jetzt hat Umweltminister Philho erstmals über die Fernsehmedien öffentlich dazu aufgerufen, Feuer zu vermeiden. Hintergrund dafür ist die Trockenheit, die in etlichen Landstrichen Brasiliens seit Monaten anhält und die Ausbreitung von Bränden begünstigt. Israel-Palästina Das israelische Parlament hat mit großer Mehrheit Gefängnisstrafen für palästinensische Kinder ab zwölf Jahren eingeführt. Mein Gott! Nationale und internationale Menschenrechtsgruppen verurteilten diese Entscheidung. Der VN-Weltsicherheitsrat forderte Israel auf, die Normen des humanitären Völkerrechts zu befolgen und kritisierte ebenfalls Israels Behandlung von palästinensischen Kindern. Afghanistan Eine Gruppe ausländischer Touristen ist in Afghanistan von den Taliban beschossen worden. Darunter waren nach afghanischen Armeeangaben auch einige Deutsche, berichtete der Fokus. Bisher sind nur Verletzte bestätigt worden. Die Angaben sind widersprüchlich. Türkei-EU Der Ton zwischen EU und Türkei wird rauer. Im Gefolge des gescheiterten Budges scheint Präsident Erdogan gewillt, sich jetzt auch gegenüber den Europäern auf ganzer Linie durchzusetzen. Erdogan wiederholte jetzt seine Drohung, Europa mit Asylanten zu überschwemmen, falls die EU nicht die Visumpflicht für türkische Staatsbürger aufhebt. Im Interview mit der FAZ erklärte der türkische Außenminister Cavusoglu, die EU habe noch bis Oktober Zeit, um die Visumpflicht aufzuheben. Da die Türkei aus EU-Sicht einige erforderliche Kriterien noch nicht erfüllt hat, nahm Brüssel zuletzt von der bereits zugesagten Visumpflichtaufhebung wieder Abstand. Allerdings sitzt Ankara am längeren Hebel. Indien-China Die indische Regierung hat die Stationierung von Brahmos-Raketen an der nordöstlichen Grenze zu China genehmigt, berichtete lokale Medien am Mittwoch. Der Sicherheitsausschuss des Kabinetts gab grünes Licht, ein Raketenregiment im Bundesstaat Arunachal Pradesh aufzustellen. Dabei handelt es sich um ein Gebiet, welches auch von China beansprucht wird. China Letztes Jahr gab Chinas oberster Gesetzgeber seine Pläne bekannt, die Ein-Kind-Politik durch neue Bestimmungen zu ersetzen, welche es allen Paaren in China erlauben würden, zwei Kinder zu haben. Anscheinend steht nun ein kleiner Baby-Buchen kurz bevor, denn die neuen Bestimmungen, welche dieses Jahr in Kraft traten, zeigen bereits erkennbare Wirkung. Russland-China EU Auf dem russischen Markt ist infolge der von den transatlantischen Vereinigungen implementierten Sanktionen und zunehmend aufgeheizter politischer Stimmung nichts mehr wie vorher. Waren europäische Unternehmen lange Zeit gefragte Investoren und Lieferanten, so werden diese nun sukzessive von chinesischen Firmen verdrängt und europäische Produkte durch chinesische ersetzt. Wie deutlich die chinesische Marktdurchdringung in Russland anwächst, zeigt sich an deren Anteil an den gesamten Importen. Lag der chinesische Anteil 2000 noch beim etwa 5%, so betrug dieser schon 2014 bereits 20%. Infolge westliche Sanktionen und Feindseligkeiten ist dieser Trend stark steigend. Indessen sank der Anteil russischer Importe aus der EU im selben Zeitraum von 70 auf 55%. Inzwischen sorgt sich jedoch die EU, dass Russland und China einen Freihandelsvertrag abschließen könnten, der die bisherigen Zölle von durchschnittlich 7% aufheben würde. Moskau-Russland Laut dem russischen Ministerium für Wirtschaftsentwicklung ist die Inflation in Russland auf Jahresbasis zum 1. August auf 7,1% zurückgegangen. Anfang Juli lag sie noch bei 7,5%, sagte ein Vertreter des Ministeriums gegenüber Interfax. Am Mittwoch hatte der steutliche Statistikdienst Rostat berichtet, dass man in der Zeit vom 26. Juli bis 1. August eine Deflation von 0,1% registrierte, das erste Mal seit September 2011, dass wöchentliche Preisrückgänge festgestellt wurden. Moskau-Kiew Russland hat bislang vor, einen neuen Botschafter in der Ukraine zu ernennen, wie der Pressesprecher des russischen Präsidenten Peskov gestern mitteilte. Wir schlagen wie früher vor, einen neuen Botschafter zu bestellen. Das ist unser Herangehen an die bilateralen Beziehungen. Wenn es Kiew für sinnvoll halte, das Niveau diplomatischer Beziehungen zu senken, sei dies die Wahl der ukrainischen Seite, betonte Peskov. Ostukraine, Genf Bei den Kämpfen in der Ostukraine sind vergangenen Monat so viele Zivilisten verletzt oder getötet worden, wie seit einem Jahr nicht mehr, teilte der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, gusse ihn mit. Im Juli seien 73 Menschen durch Minen, Sprengfallen und Beschuss zu Schaden gekommen. Spanien, Portugal, EU Die Defizitländer Spanien und Portugal können endgültig aufatmen. Die EU-Finanzminister werden von der EU-Kommission vorgeschlagenen Straferlass für beide Länder nach Informationen des Handelsblatts nicht stoppen. Die Empfehlung der Brüsseler Behörde war umstritten, da Portugal und Spanien die Defizitvorgaben wiederholt verletzten. Die EU-Finanzminister könnten die Kommissionsentscheidung innerhalb von 10 Tagen ablehnen oder ändern. Die Frist läuft bis 8. August. Ungarn Wird Ungarn die nächste Nation sein, die die funktionsgestörte EU verlässt? Die Frage ist gar nicht so weit hergeholt, wie es den Anschein hat. Am 2. Oktober werden die ungarischen Wähler am landesweiten Referendum teilnehmen und darüber abstimmen, ob sie der von der EU aufgezwungenen Ansiedlung von Migranten in Ungarn zustimmen oder nicht. Großbritannien Es ist gut möglich, dass bereits eine Million illegale Migranten in Großbritannien leben und die Wahrscheinlichkeit, dass sie abgeschoben werden, ist gering, meinte der ehemalige Leiter der britischen Grenzbehörde. Seine Kommentare deuten darauf hin, dass das Problem inzwischen zu groß ist, als dass man etwas dagegen tun könnte, merkte die Zeitung an. Wien, Österreich Am frühen Donnerstag erhielten Polizeiinspektionen in mehreren österreichischen Bundesländern konkrete Terrordrohungen, teilte das Innenministerium in Wien mit. Auch gegen den Flughafen Wien gab es eine Drohung. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden verstärkt. Ermittler tippen auf dschihadistische Kreise als Quelle. Die Ermittlungen verlaufen bisher ohne konkrete Ergebnisse. Der Sprecher des Innenministeriums Grundböck erklärte, dass die Drohungen von einer verdeckten Mailadresse gekommen seien. Deutschland Auch im Gesundheitswesen kommt es immer wieder zu Bedrohungen von Ärzten im medizinischen Fachpersonal durch Fachkräfte. Erst kürzlich wollten Illegale in Bonn einen Arzt, übrigens nicht mal Deutscher, mit einem Jagdmesser den Kopf abschneiden. Dies ist nur einer von vielen Fällen, in denen Mediziner um ihr Leben fürchten müssen. Genau deshalb steigt auch in diesem Bereich der Bedarf an Selbstverteidigungsutensilien. Aus der Berliner Charité soll es kürzlich eine Sammelbestellung beim Anbieter Migrantenschreck gegeben haben, wie dieser in einer Pressemitteilung verlauten ließ. Dortmund Letzten Montag kam es in Dortmund in der Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge unter den zahlreich Anwesenden zur brutalen Meißenschlägerei. Mehrere Männer sowie mit Kopftuch bestückte Frauen gingen hemmungslos mit Stühlen aufeinander los und prügelten aufeinander ein. Das wird noch lustig hier. Wären die Schlachtszene nicht als Kurzvideo auf YouTube hochgeladen worden, hätte es den ungehemmten Wutausbruch unter den Schutzbedürftigen offiziell niemals gegeben. Dass das Prinzip des Verschweigens weiterhin gehandhabt wird, zeigte der offizielle Polizeibericht zum Vorfall. Wiesbaden-Stuttgart Hessen und Baden-Württemberg prüfen angesichts des starken Wertverlusts der VW-Aktie im Zuge des Abgasskandals rechtliche Schritte gegen die Autohersteller. Bayern hatte als erstes Bundesland bereits eine Schadenersatzklage gegen Volkswagen angekündigt. Ob Hessen diesem Beispiel folgen wird, werde noch geprüft, hieß es aus dem Finanzministerium in Wiesbaden. Berlin RT Deutsch Jetzt kommt gleich die nächste Lautung. Tausende Journalisten wettaufern im politischen Berlin um Anerkennung und Einfluss. In Zeiten des Überangebots an Informationen ist der Überlebenskampf in der Aufmerksamkeitsökonomie jeden Tag aufs Neue ein hartes Geschäft. Da lohnt es sich, über eine direkte Standleitung ins Kanzleramt zu verfügen, wie RT Deutsch, dank systematischer Beobachtung durch Steffen Seiberts Bundespresseamt. Die gute Nachricht Der Schaga-Pilz ist eines der stärksten Antioxidantien weltweit. Diese Pilzart wächst an Birkenbaumstämmen in Sibirien, Finnland, Korea, China und Kanada. Er ist ein Parasit, ähnlich der Mistel. Bis zu einer Höhe von 50 cm kann er wachsen. Sein Aussehen gleicht einer unförmigen schwarzen Riesenknolle. Manchmal mag er auch wie verkohlte Baumrinde erscheinen. Er liebt die Kälte und entfaltet daher die höchste Wirksamkeit aus den Regionen Nordeuropas und Sibirien. Die größte Wirksamkeit entfaltet er bei minus 40 Grad. In der russischen Volksmedizin wird er schon Jahrhunderte angewendet. Er wurde erfolgreich eingesetzt bei Gastritis, Morbus Crohn und zur Kräftigung des Immunsystems. Vielen Menschen konnte er auch helfen beim Magengeschwüren, Zahnfleischbluten und Diabetes. Zudem verhilft er noch zu schöner Haut. Und die zweite gute, schöne Nachricht. Wer ist das schwarze Schaf in deiner Familie, in deiner Abteilung, in deiner Nachbarschaft? Wenn es einem Menschen nicht gut geht, er in einer Krise ist oder mit sich selbst unzufrieden ist, dann sucht er schnell nach einem Sündenbock, an dem er seinen Ärger, seinen Wut oder seinen Hass ablassen kann oder dem er die Schuld an seinem eigenen Unglück gibt. So erschaffen wir uns die schwarzen Schafe in unserer Familie, in unserer Firma, in unserer Gesellschaft. Beschuldigen sie, grenzen sie aus, greifen sie an oder mobben sie. Wer ist es in deinem Umfeld, den du dafür verantwortlich machst, dass du nicht zufrieden bist, dass es dir nicht gut geht? Wen verurteilst du, klagst du an? Über wen beschwerst du dich? Über wen schimpfst du? Wen hast du in deinen Gedanken zu deinem Freund erklärt und dich selbst zu seinem Opfer? Mach dir am Wochenende einmal klar, mit welchen Menschen deines Umfeldes du innerlich nicht im Frieden bist und was du ihnen vorwirfst oder was sie dir in deinen Augen schuldig ist. Und solange du dein Opferspiel nicht durchschaust, wirst du keinen Frieden in dir und in deinem Leben schaffen. Frieden und Zufriedenheit fallen nicht vom Himmel, sondern entstehen nur, wenn wir beginnen, unser Herz zu öffnen, für das wütende, ängstliche und gekränkte Kind in uns und mit Liebe seine oder deine Gefühle anzunehmen und zu durchfühlen. Frieden oder Krieg entstehen immer von innen nach außen. Und das war's mal wieder für heute. Wie immer bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und fürs Zuhören. Ich hoffe, dass am Wochenende tatsächlich das Wetter mal ein bisschen besser wird, obwohl schon wieder die nächste Kaltfront danach angesagt ist. Schauen wir mal, was passiert. Ja, ich bedanke mich wie gesagt recht herzlich und verbleibe wie immer eure Biene vom Honigmann. Und ciao und viele liebe Grüße. Ciao. Ja, ich bedanke mich